Herzlich Willkommen in der Kaiserville und Gedächtniskirche zur Höhe des Tages, zum Mittagsgebet. Tauchen Sie hier ein in das Blau dieser wunderbaren Fenster. Lassen Sie Ihre Gedanken kreisen. Seien Sie offen und landen Sie auch wieder sicher hier. Es ist schön, dass Sie da sind, um zu hören, auch die Musik, auch das Wort und miteinander zu reden. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch, der da lautet, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr vorn. Ich bitte einen Vers aus dem Wochenlied. Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun und Werk in Deinem Willen wohnen. Von Dir kommt Glück und Säten. Was Du regierst, das geht und steht auf rechten, guten Weg. Amen. ... ... Amen. Manche Aufgabe im Leben erscheint uns groß, manche Garten, die sind groß und nicht zu bewältigen. Gott stellt uns Aufgaben, er überträgt uns Dinge. Gott macht unseren Mund zu seinem Mund. Gott macht unsere Hände und Füße zu seinem Werkzeug, wenn wir es dann zulassen und wenn wir uns nicht dagegen wehren. Gott stellt uns in seinen Dienst, wenn wir dazu bereit sind. Und darum handelt auch die Lesung aus dem Alten Testament. Sie steht im Buch des Propheten Irenia im ersten Kapitel. Deshalb Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich habe versprochen, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu prägen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und prägen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich errennen, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, Siehe, ich lege meine Worte in deinem Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Siehe, ich lege meine Worte in deinem Mund. Gott, du hast uns große Verantwortung übertragen, nämlich für uns die Sorge, uns der Menschen in unserer Umgebung anzunehmen und uns um die Welt zu kümmern. Das ist zu viel und zu groß für uns. Damit wir es wenigstens in unserem Lebensraum tun können, bitten wir, gib uns deinen Geist. Gott, du traust uns hierzu. Du hast uns Freiheit gegeben, nach deinem Willen zu leben. Du entmündigst uns nicht, in eigener Verantwortung zu leben, ist ganz schön schwer. Damit wir dein Vertrauen nicht ertäuschen mit mir, gib uns deinen Geist. Gott, Verantwortung soll uns nicht ertäuschen. Du willst uns nicht überfordern. Deshalb hast du versprochen, uns nahe zu sein. Damit wir das nicht vergessen, bitten wir, gib uns deinen Geist. Und alles, was uns uns freut oder beschwert, fassen wir zusammen in dem Gebet, das dein Sohn uns geärbt hat. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich von Gott, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auch dein. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch er vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Zeit und die Kraft und die Heiligkeit, Ewigkeit. Amen. Und geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Es segne und bemüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Amen.